So, packen wir mal diese ganzen Kanten für das neue Deck beiseite und gehen wir mal zum neuen Set. So Leute, da sind wir wieder beim nächsten Video und wir haben Phryxia alles wird eins Pre-Release Challenge. Wie immer, zu jedem Set, wo es Pre-Release-Kids gibt, ich glaube wir haben seitdem keins ausgelassen, dann gucken wir uns mal Pre-Release-Kids an. Es sind einige Teilnehmer unten in der Videobeschreibung verlinkt, bitte schaut bei denen nach. Wir versuchen den coolsten Phryxianer oder für Mirrodin-Menschen zu finden und ja, wenn wir das machen, wir haben jeweils ein Pre-Release-Kit, wir machen das auf, wir werten alle Rares, Foils und Mythics und so aus und schauen dann, wer den meisten Values sein Pack bekommen hat. Da gibt es schon ein paar Karten, die teuer sind und ja, dann gucken wir uns an, wer das Ganze gewonnen hat. Wie gesagt, schaut bei den anderen vorbei, sie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Promo zählt natürlich auch. Dann, normaler Würfel. Schade. Hier gibt es Phryxianische Würfel, habe ich gesehen. Zwei Stück wurden bisher bei uns im Laden aufgemacht. Ich komme übrigens gerade frisch vom Pre-Release. Ihr habt noch meine Judge-Klamotten an und ja, dementsprechend frisch vom Pre-Release. Ein paar Leute von euch habe ich da sogar getroffen, das war mega cool. Und gucken wir uns das Ganze mal an. Wir kommen an mit der Promo. Wir fangen einfach direkt mit der Promo an. Promo direkt, komm schon, irgendwas Cooles. Klinge der verbundenen Seelen. Drei Mana für Merodin, also kriegen wir einen roten Rebellen. Und immer wenn wir, was? Wenn die angelegt wird, solange verbundene Seelen an sie angelegt ist, kannst du eine Kopie der bleibenden Karte werden lassen. Okay. Whatever. Hier ist der Pre-Release-Code. Damit kriegt ihr sechs Booster auf Magic Arena. Wer sich die Mühe macht zu pausieren, einzutippen, macht das. Dann könnt ihr auch bitte runterschreiben, ob es funktioniert oder nicht, ob der Code noch da ist. Dann, wie immer bei den Boostern, ich gehe ein bisschen schneller durch. Das heißt, ich gucke ein bisschen Kams und Ankams, ein bisschen sporadischer durch. Schaue, wenn ich was Cooles finde, dass ich euch das erzähle, was da passiert ist. Die wurde zum Beispiel relativ viel gespielt. Und ja, wenn ich irgendwie eine Story zu was habe, dann sage ich euch das. Und Sekret Mondhandschuh. Drei meiner Artefakt-Plainsburger haben einen Nuller-Effekt für Wuchrungen durch. Und minus zwölf, wir erhalten einen zusätzlichen Zug. Sehr stark. Und das heißt, wenn wir zwölf Planeswalker haben, beziehungsweise 13 Planeswalker, können wir ganz oft diesen Nuller-Effekt auf allen Planeswalkern machen. Und dann mit dem letzten einen Extra-Zug machen. Das heißt, 13 Planeswalker, Infinite Turns. Das ist schon stark. Und immer wenn du in einem Nicht-Kreaturen-Zauberwegst bestimmen wir eine Marke auf eine bleibende Kante unserer Wahl. Und proliferaten halt da diese eine Marke. Nicht immer. Cooles Tamio-Bild. Ein Sumpf und der hohle Wachposten. Legendärer Spielstein. Was? Ja. Egal. Ja, vom Set selber. Ich bin ziemlich begeistert vom Set. Das Set wurde echt gut angenommen. Krass. Wirklich, wirklich gut. Und da bin ich echt mal gespannt, was da noch alles kommt, auf uns zukommt. Und gerade jetzt mit den nächsten paar Sets. Duress. Coole Karte. Und hier ist übrigens ganz kurz, hier ist ein Schreibfehler drauf in Deutsch. Ausrüstungsfähigkeiten von anderen Ausrüstungen kosten beim Eins weniger. Natürlich nur die, die ihr kontrolliert. Im Englischen steht es auch YouControl. Im Deutschen wurde das leider vergeigt. Und wir haben sich ausbreitendes Mykosymph. Drei-Manner, vier-Manner-Artefakt. Bleibende Karte, die keine Länder sind. Und die, die wir kontrollieren, sind zusätzlich ein Artefakt. Und gilt für bleibende Zaubersprüche, die wir kontrollieren. Bleibende Karten, die keine Länder sind, die du besitzt, aber nicht im Spiel sind. Ist also ähnlich, wie es Mykosymphblät ist. Nur halt, ja, nicht ganz gut. Uh, 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 uh. Die zähle ich jetzt nicht dabei, weil sie ist nicht voll. Und ein Rebell. Voll von diesen Ländern würde ich trotzdem hinzuziehen können, weil sie voll sind. Non-Volls kann ich leider nicht werten. Was ein bisschen schade ist. Die phryxianischen Sachen sind schon, schon wirklich, wirklich cool. Gucken wir mal weiter, was wir haben. Wir haben eine Full Art. Und Rasierklinge gestrücken. Fastland in Full Art. Kommt, getappt das Spiel, es sei denn, wir kontrollieren zwei oder weniger andere Länder. Okay. Da haben wir eine Voll. Glitzernde Seherin. Einmal eine 1, äh, 0, 3. Kommt mit drei Allmark ins Spiel. Tappen, Allmark runternehmen. Wir machen Hellsicht 1. Wild und ein Phryxien-Golem. Die sind cool. Es gibt eine legendäre Kreatur, die Phryxien-Golem macht. Das weiß ich noch. Das ist so ein Handwerker. Das kann ich nicht. Der habt ihr auch super stark im Pre-Release. Ähm, das Prisma schon wieder. Immer in den Weiten, by the way. Ja. Ähm. Ich hätte gerne mal Evolving Wilds. Habe ich gesagt. Und bekommen. War schon ganz gut. Dann. Izuri. 4 Mana, 3, 3. Phryxianer, Elfkrieger. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, können wir drei bezahlen. Habe ich das tun. Wuchern wir zweimal, was stark ist. Und immer wenn wir wuchern, ziehen wir eine Karte. Das heißt, für 7 Mana, 3, 3, ziehen wir zwei Karten und wuchern zweimal, was echt gut ist. Ebene, Rebell, gib ihm. Party Hard. Bisher bin ich nicht so enttäuscht. Ich weiß da nicht, was ich damit... Also, klar. Bisher ist Blau-Grün mein Deck. Entschuldigung. Geil mal Müll rausbringen. Ähm. Hauen wir weiter. Uh, Wecksilberfischer. Sehr cool. Mantel des Labyrinths. Der Eifere. Bloß 1 bis 1 ist halt wirklich cool mit Aufblitzen. Kupation. Verknöcherung. Heißt im Englischen Aussification. Ich möchte, ich lasse das einfach so stehen. Die Aussification, die lasse ich einfach so stehen. Dann haben wir ein Kethek Schmelztiegel Goliath. 4 Mana, 4, 4 zu Beginn des Endsegments können wir eine andere Kreatur opfern. Falls wir das tun, decken wir oben so lange vom Deck auf, bis wir in legendären Kreaturenkarten mit niedrigerem Mana-Betrag aufdecken. Und legen sie ins Spiel und legen den Rest unter das Deck. Ist eigentlich ganz cool. Unfürchtend. Sumpf 2 Stück davon. Nois. Katze. Gib ihm. Bisher aber noch nichts krasses. Keine Elle-Schnoren. Keine Elle-Schnoren. Keine Elle-Schnoren. Uh, Schreiter. Sieht cool aus. Gucken wir mal weiter. Was haben wir denn am letzten Booster? Mehr von diesen Schädelbomben. Die Schädelbomben sind echt krass. Ich meine, sie sind cool, aber... Und... Und... Miran Unterschlupf. Zwei Mana, solange er ins Spiel ist, hat er alle aktivierten Fähigkeiten von Länderkarten in allen Friedhöfen. Damit kann man coole Sachen machen. Zum Beispiel... Die aktivierte Fähigkeit haben, tappen, Opfern, eine Karte ziehen. Oder tappen, Opfern, das Deck durchsuchen nach dem Standardland. Also damit kann man Fetschen gehen. Das Problem ist halt, die aktivierte Fähigkeit hat halt die Kosten, tappen, Opfern. Das heißt, man muss das Ding opfern. Das ist ja nicht so geil. Kleiner Fehler in Foil. Oh mein fucking Gott. Hallo Torben, ich weiß, du willst den haben. Ich weiß, du wirst den bekommen. Coole Karte. Ein blaues Mana, spontan zu benutrisieren. Zauberspruch. Mana von eins oder weniger. In Foil. Als Deutscher. Und eine Insel. Ich hab drei von fünf. Von den furiksanischen Ländern. Sehr cool. Kleiner Feder in Foil. Sehr, sehr coole Karte. Ja, das war doch cool. Das hat Spaß gemacht. Hier seht ihr jetzt eingeblendet, was das ganze Pack wert war. Alle Foils, alle Rares ohne die Länder. Und dann nochmal die Erinnerung. Schaut unten in die Videobeschreibung. Da sind alle anderen verlinkt, die mitgemacht haben. Guckt bei denen rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.